Also, ich muss jetzt hier erstmal aus dem Büro raus, die sind ja alle am Telefonieren. Wenn ich dieses Agro-Geschnülze von Manu höre und dieses Autofahren, interessiert ja überhaupt kein Schwein, wo der hinfährt, oder? Weil Manu hat keine Freunde, das ist das Problem, ne? Ich habe ja genug Freunde, und Manu ist nun mal gar nichts, ne? Ja, da sind ja noch genug andere Leute, die da dran gehen können. Ich muss hier jetzt ein Video drehen, genau. Die sollen mich alle in Ruhe lassen, aber ich könnte meine auch. Und wir tun schon die Lungenflügel weh, mir tut eigentlich alles weh. Guck mal, da ist unsere Lucy, was ist denn da noch? Guck mal, da sind sie, guck mal, Manu, Kira und Venom in einem Bett, und so nah zusammen. Guten Morgen. Oh mein Gott, wie schlimm. Ich glaube. Na, Dirk, willst du eine rauchen? Lucy, das ist übrigens meine nervige Miezekatze, die immer ständig rummeckert. Genau. Das sind doch mal interessante Fakten, die man hier sieht. Und nicht mal nur, wie bei dir, wie du drei Stunden im Auto sitzt. Das interessiert überhaupt keinen. Sicher, das interessiert alle. Na, Kira, Lorraine, Elfriede, jetzt könntest du mal... Ich hab doch kein Problem. Guck mal, im Bett liegen sie, die Schweine. Das ist ja gar nicht normal, oder? Das ist ja gar nicht normal.